Movi ausgewieselt sein Meike, du schießt ja Ich auch Von Movi bald aus Ist da überhaupt einer an dem Auto? Ja, hab ihn einmal getroffen Seh da nix, verdammt Aber ich bin grad von Osten beschossen worden Ja, ich bin in der Halle, von Osten können sie nicht Ja, ich bin in der Halle Von Osten können sie nicht Keine Weiß ich nicht von wo ich geschossen hab Ich schieß von unter dir Ja, aber irgendwas hat gerade auf mich geschossen Und ich weiß nicht von wo Noch ein Fahrzeug K.A.S. 75 war einer von Bär Das heißt Bär sind noch zwei Mindestens zwei, drei Vier Fünf Ja, das Ding ist die Glute jetzt Und hab halt keine Bandage Okay Seh ein kommen an der Wasserbommel direkt Habe einen Indiana Jones Outfit Nee, Neger Nee Julius Ah, in der roten drin Komm mit drauf Happen Da wird ja auch ne Bandage haben Ja, zur Not in mir drin Nee, komm mal Richtung Westen ab Ja, ich steh mir aus mir rausgegangen Das wollten sich oder? Naja, dein Rucksack DMR halt nicht Naja, das ist echt egal Naja, richtig low blood Was für'n Wagen Der eine ist im Östlichen Mitten auf der Wiese Ja Military Offroad Und der andere müsste an der Bommel stehen Aber da hab ich auf die Räder und auf die Karre geschossen Also ich glaub nicht, dass der noch in guter Kondition ist Da sind noch keine live Wo die Spieler entkommen oder? Ja, einer Einer ist War oben beim Pickup Obwohl Den halt nicht mehr gesehen Der ist Richtung Süden gelaufen Und dann hab ich ihn erschaffen Achso Wie wär's denn ne? Ja, die kommen wir raus Setz mich da in die schwarze kleine Hülldrück Ist aufregend Du Typ mit der Axt war tot. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Okay. Reep, alle klar? Ja, ich habe hier einen Bandit. Moment. Oh. An der Stelle, wo ich war, wo ich erschossen wurde. Hat gerade einer von euch geschossen? Ich habe einmal geschossen noch. Hab ihn. Ich muss aber selber gucken gerade. Na, ich komme mal hoch. Mit dem Auto. Ja, ich bin bestimmt mit meinem Rucksack. Schloty, wo bist du jetzt? Ich fände gerade aus Mugilefka raus. In den Wald natürlich. In meiner Leiche liegt nichts mehr, oder? Nein. Hier steht ein schwarzer GHZ. Da ist eine M14 drin. Das ist erstmal mit. Wo steht ein Gertrude? Feldwegkreuzung südlich. Okay, kommst du rüber, wie? Ja. Okay, ich brauche ein bisschen Sicherung. Die Leichen liegen dort immer noch, aber... Ich weiß nicht, ob der Typ da noch wartet mit seiner SD-Waffe. Er kann jetzt hier nur den Weg runterfahren und das musst du dann Stopp sagen. Nördlich hattest du, Sorge. Hör dich, hör dich. Du bist jetzt auf meiner Höhe. Die liegen nördlich von mir. Ja, oberhalb der Straße, genau. Oberhalb der Straße, also ein bisschen südlich. Warte doch, warte doch, fahr doch einfach hier. Die sind so direkt an der Straße, da muss gar nicht von der Straße runter. Achso, ich dachte, ich kann so hinstellen, dass die direkt neben mir sind. Ich wollte ja erstmal, dass du ein bisschen in der Sicherheitszone bist, nicht, dass der Typ da irgendwie gleich direkt das Feuer auf dich eröffnet. Ah, soll er machen. Da bin ich. Also ich bin der Kamu hier oben im Wald. Ja, hab schon gesehen. Und ich vermute, wenn, dann ist der Typ wieder da unten irgendwo. Ich bin jetzt oberhalb der Leichen. Und guck hier in den Wald runter. Eine Crosser hast du jetzt noch. Oder der Bandit. Bitte was? Allgood mischt. Der Bandit, den habe ich erst jetzt erschossen. Die anderen zwei Leichen von mir und dem anderen Typ, die liegen noch. Die liegen weiter östlichen ein bisschen. ich finde da kein auto erstlich den feldweg lang einer komplett leer ja das wollte ich das war ich wahrscheinlich weil ich habe mich einmal schon fast komplett gelootet und müsste dann in so einem spaznaz outfit gewesen sein mit mit community backpack und daneben ist dann alles weg mit einem 14 genau und nissau im backpack ich habe alles was alles okay auch die tools sind so was soll man liegt dann noch in den liegen der zwei leichen liegt ja in der wo ich mir so gerade aus ob der drei liegen oder immer ja also das lieben müssten auch teiligen also einmal denen wo ich erschossen habe und dann wurde ich erschossen und dann bin ich ja wieder hochgelaufen habe ich gelootet wurde dann bei minuten erschossen oft erschossen werden müssten zwei freunde leiten dann ist ja noch einer von oben müsste es diesmal gewesen sein hinter mir also lange uhr ich bin gleich tot ach du bist bin tot so gut wie tot ich bin erschossen worden von oben und dann sagt er doch wo seid ihr rein ich da kann ich hin östlich von den feldwegen auf dem berg und jetzt mal ruhe hier sonst högt die schüsse wieder nicht die schüsse wieder nicht solle nach hauen sondern Keinen Bock mehr. Immer schön aufpassen. Diesmal sägt er eine Leiche. Jetzt bin ich komplett tot. Ich werde 20 Meter oberhalb von dir. Ich weiß leider nicht auf welchem Berg. Nordöstlich von Zub. Der Berg mit den Felsen drauf, der dann an die Südmauer von Starry rangeht. An den Feldweg, der aus Wischneue kommt. Von Novi Sobor gesehen, südlich vom See. Sprung runter, vom See einfach. Da geht eine Dirtroad entlang. Ja, in dem Balken jetzt auch. Warte mal, da kommt man nicht ran, das ist doch ätzend ey. Ich habe einen Spieler da im Wald gesehen. Na, Schloti ist jetzt wohl auch hier wo? Äh, von der Südmauer aus gesehen, südöstlich genau, mitten im Wald. Und beschreib dich mal Schloti, damit wir wissen, wie du aussiehst. Äh, ich bin Bennetskin, hab nix in der Hand. Okay. Was hat er gemacht, Luzi? Nur durch den Wald gerutscht, kann ich nur kurz sehen. In welche Richtung? Auf mich wird geschossen. Na ja, zehn. Na, da liegt er in der Tanne drin. Hat ihn auf jeden Fall getroffen, hat geblutet, rollt sich am Boden. Geh mal ein Stück ran. Hast du noch einer? Achso. Du blutest auch. Ich weiß, ich habe aber keine Mandate. Na ja, wird da eine liegen oder nicht? Nein. Granate ist raus. Geh mal nach Norden zu dem Feldweg runter. Habe ich ein Polizei-Outfit an? Da ist ein Polizei-Outfit. Ach du Scheiße. Warum das denn? 107. Eine Granate gehört. Ja. Muran. PKP. Und die RK-95 ACOG im Rundweg. Der Rucksack. Ich bin gleich da. Der hat auch eine Bandage. Ja, ich komme gerade zu dir hin, dann. Immer schön hinrennen. Also meine Tropfen ist so gut wie leer. Na ja dann, warte. Und so was dann auch mal mit Nachdruck sagen, bitte. braucht die karre noch irgendwie eine karre ist topfit der ist komplett grün ja im wald ist ein traum ich hab das auch ich sehe da gar nicht guckst in die eine richtung du wirst von hinten erschossen du willst das richtig machen guck sie alle ich komme jetzt gerade auf die straße runtergerannt da noch eine leiche irgendwo oder da ist auch irgendwo noch eine leiche wer raschelt am auto ich also meine leiche hatte doch die dma meine aktuellste und meine alte leiche hat noch die rk 95 und komplett komplettes programm mit coyote user joint your channel user left your channel wer wartet guck mal vielleicht liegt noch was von einem alten leiche ne im auto 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 rucksäcke alles voll also das muss das muss raus